machen wir den Alantes Letcher Move Bruder, der hat halt immer so'n Luxe gehabt, ne? Im Early Game. Hör zu, das ist es, das ist es. Glaubst du, nächste Woche ist noch ein Turnier? Es sind zehn Turniere, oder? Ja, also, jetzt ist, glaub ich, das sechste, oder? Ja, jetzt, diese Woche. Also, es sind noch vier. Da ist echt noch was möglich. Ja, ich hoffe. Aber meine Mutter ist halt die nächsten drei Wochen nicht da. Mach nix. Ne, ne, also, ja, also, ich bin nicht da. Ja, ich kann ja so'n nicht im Stich, das tut mir leid. Also, nix. Das wäre dann unfair, wenn ich jetzt sagen würde, der das gewann mit dir spielen würde. Das wäre cool, wenn so Trimax durch Glück einfach qualifiziert wird für die Bären. Tö, Tö, tö. Tö, tö, digger. Tö, tö, tö. Aber ich würd' es ihn mal nicht gönnen, weil die 50.000, die können ja immer anders viel besser vertragen. Ja. Das weh genug schon, doch, wieder. Der wird ja gesponsort von dem, ja. Oh, ne Heavy-Sniper einfach ne goldene, ja. Stimmt soviel Kohle wie, äh, wie Monte. Mindestens. Ja, ich meine, wenn der mit Epic Games, äh, kopiert, dann... da ebenso hast du den pump kann eben komplett und gleich struggles wieder komplett rum, dann setzt kein Schuss das ist echt manchmal richtig komisch dieses Wochenende ist cool, ne? jo du könntest ja noch schwitzen ach, ich werd hier komplett zugemüllt da kannst du ja meine Mutter ist ja ab morgen heute nicht da, ne? komplett kommst du definitiv wenn ich noch auf Max 2 der kommt, dann muss ich Max überhoben ja jetzt auf die 300 zu kommen, ist nicht mehr schwierig ja vor allen Dingen nicht mit dem... ja klar die Akadi hittet nicht in seiner Normaler eher hier Max meinte er hätte, oder du hättest, oder andersrum hätte mal... dass ihr mal gemeinsam... finde ich, der kommt nicht klar auf dir und er wäre halt richtig low gewesen, so vom Level und trotzdem konntet ihr gemeinsam spielen ja, wir können's noch also trotzdem ist Punktesunterschied, weil ich weiß nicht, wir wollten das noch ja, 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 können wir und dann stand da irgendwie, äh, die Vision ist ein krass Unterschied oder sowas ähm, ne also sonst war das mal es lag glaube ich daran, dass wir auch einen Smurf haben und unser Smurf nicht äh, das Level hoch zu gates oder Deinen Smurf naja 3 k die Klinik die Landwirt er kommt dann ist immer noch ein Dach kann ja auch gerne mit einem Scheißer-Fahrer machen mit dem Amkanon ich habe es heute echt mal so eine Stunde lang die Kreativ-Editing gemacht und so jetzt kann es viel besser editieren den Kliniken immer voll Kreative Alter ich bin so häufig am Kreative ne hey Digger jetzt machen schon wieder welche Auge der ist aber auch gut zu beobachten ja von dem Motivation denn die sind dann wo sind die? die sind echt cool auf dem berg glaube ich hunderter boah er schreit hunderter macht nur 150 aha der eine ist white der john wick ist white der ist anders white der ist 50er weg nein der ist bleib ha bei mir ist noch einer ja der ist auch white bei mir nice ja ich hab beide white gemacht ok wir haben sich da vorne verkämmt ohja aber noch nicht drauf schießen lasst es schön oh der war saftig ohja so ein ding ist das mit snipe sitzen morgen auch mal ein paar snipe raushauen aber und dann ist die 50k drin der los hier ist noch eine heavy ohja noch eine digger wir können da bruder das wird so geil wird zu late game einfach kämpfen wir müssen ähnlich ja ich hoffe echt auf eine stack lobby dann können wir richtig geil was machen hier unten geht man gerade hat er jetzt so ein 240hz und ein 6 oh der war knapp der ist halt noch schneller im bauen jetzt oh mein gott der der baum war das liebe ich ja nein meine ich weiß ich weiß die 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 das das wind kanal ganz oben ganz oben da kommen noch mehr da kommt noch mehr glaube ich das unter das unter hier unten haben sich zwei leute verkämpft hier rein ich gehe mit heavy auf den anderen habe ich bin sekt ich bin sechs jetzt runter wir werden runter geschossen das geht aber immer noch nicht geladen ich habe damit gesetzt ja ich bin hier gegner vor mir jetzt weit hier unten da vorne und gelasert ja zwei sekunden kann ich mir noch ein biggie gönnen der gegner pusht mich und gerade eben da noch ein biggie hier ist noch ein biggie ich markiere den der ist hier drin ne hier ja hat ein hit hinterher im baum der ist hier im windkanal oder drei gegner vor hier hängt einer hier hängt einer nein doch nicht der leck der leck der hilft vorne lass hier oben drauf boah in der luft gelasert bruder nice ich werde von oben von der plattform gelasert wo bist du? ah ja windkanal ist zonen zonen oder ne ok lass erstmal in die zone hier unter diesen plattform oder am geist hier lass am geist hier lass am geist hier gönn mich nach dem camper ja egal, das dürfen nicht oder andere müssen doch nicht ich kann dir auch hast du nur eins ja komm, ja guck an der basis brauchst du minis? ja, kann ich stacken ja aber ja ich hab selber welche einfach benutzt ja boah so ein schmutz der scheiß manchmal ne einfach mal gucken ob hier welche sind ne, sieht hier aus lass mal double heavy snipen ja, aber da sind glaube ich keine, oder? warte, bau dir dieses Pyramiden-Ding ja nicht bist du auch hier stehen? das ist ein Bruder, mein Linker zeige ich dir auch nicht Scheiße, ich bin ja auch so so, aber das ist das erste Update, wo man diese Änderung mit äh ja, die Diktion laden jetzt schneller auch wirklich spürt ja, das ist so aber man kann die Priorität auch wieder hochsetzt auch hochsetzt ah, sehr gut deswegen äh, sollen wir nichts ohne? da können wir da da können wir hin da können wir hin da können wir hin ich kann auch auf die Plattform lass auf der Plattform campen und dann lass uns Highland runden da sind aber nicht ah nein, die wurden jetzt ausgestellt wie kommen die jetzt runter? ja wohin komm, lass die hier pushen noll, die wurden ausgestellt komm, hier vorne komm, hier vorne komm, hier vorne komm, hier vorne ich möchte gleich ich habe ich habe mir die bekommen ich gehe wieder aufs bildung ich gestern 14 und er fünf hier unten sind auch welche komplett im logo der baum ist weg der baum der auch im high band das hat oben eingehittet 150 komplett oben ne aufpassen die wollen uns runterschießen hier runter geh runter habe einen hier 150 den jump head hier pushen ja ich bin komplett unten der hat sich komplett full gehalten ah ne das sind 2 die gleichen skins das ist halt der vorteil wenn man die gleichen skins spielt ne der eine hat keinen schilfe oooohh viel schock einfach ein collateral mit der tactical machen zwei leute noch ich sehe es liegen jetzt auch die sind ohne es ist ein klub hohohoh schwer ein knifber ihr habt mir es wird Ah, dann muss ich... Du musst runter. Nice. Na, schade. TG.